Effizienz haben wir, warte mal, 1, 4, 4, 2, Wasseraffinität, das Glück des Meeres, das packe ich mal hier in die Mitte mit, Haltbarkeit, Schärfe gehört doch hier hoch, Haltbarkeit, Haltbarkeit, und 2 Schutzbücher, Schärfe, Stärke, Schutz, Schutz und Schutz, und natürlich die Plünderung, so, ja, war doch halbwegs schön, so, zacki, so, ich glaube, ich nehme mir mal hier noch die ein oder andere Steinspitzhacke mit, einfach mal so, ähm, wir haben keine Sticks dabei, dann sollte ich mir welche mitnehmen, die Farbe hier lassen, so, äh, nicht Farbe, sondern Sticks, ach komm, ein halber Stack genügt, dann haben wir wenigstens ein Stack Sticks, äh, einen halben, so, dann gehen wir mal hinauf und schauen uns mal ein bisschen um auf der Baustelle, Ach, ja, so, ich hatte ja, so ein bisschen hatte ich ja im Kopf, was ich machen wollte, aber nur so ein bisschen, so, also, hier müssen wir auf jeden Fall dann, hm, hab ich jetzt natürlich nicht mehr, dich, Idiot, ähm, wir hauen hier erstmal noch ein bisschen was weg, ach so, da muss ich ja dann noch nach oben und diesen, diesen Prömpel da noch wegklatschen, kriegen wir alles hin, wieso haben wir eigentlich das letzte Mal aufgehört, wegen Zeitmangel, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr, das ist schon, das ist schon so ein bisschen her, verdammt, ja, ja, so, ich hoffe mal, mein neues Projekt, das ich hier jetzt begonnen habe, müsste in der Theorie, wie gesagt, müsste heute die erste Folge rauskommen, ich bin gespannt, und, äh, nach diesem Projekt habe ich quasi dann schon das nächste Projekt im Auge, was ich denn dann als nächstes tue, ach, warte mal, die Werkbank kamen wir unten, ne, ich bin schon wieder verwirrt, verwirrt, ähm, genau da, haben wir hier denn eigentlich noch irgendwas brauchbares drin, äh, äh, gucke ich hier, und, Glas haben wir denn noch, ja, und, ja, und, ja, ach, guck mal, hier noch mehr Lapis, aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Scheiben, und zwar hiervon, 16 Stück sollten, sollten genügen, gut, dann, äh, können wir weitermachen, So, erstmal eine schöne Kartoffel, dumm, 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 mache ich das erstmal bis hier, ähm, doch, mache ich bis hier, So Und dann haben wir unten wenigstens schon mal einen geschlossenen Raum Der, ich hoffe, genügend ausgeleuchtet ist Damit uns da nichts spawnen tun tut So, uah Das ist laut Das ist so eher angenehm Hat er gesessen? Nein, hat er nicht So Ein Drahtseilakt Aber das kennt man ja vom guten alten Seiltänzer Ich sehe hier gar nichts So Oh nein So wird das, glaube ich Nein, nichts Ich glaube, ich arbeite dann mit Erde So, du als Schwert und du als Axt So, was ist hier? Na, okay Hier ist relativ simpel So Und so Warte, das ist grün Ja Ich bin ein Fuchs Wuffman Was machst du denn hier? Darf ich dich dann wieder runterbringen? Was machst du hier? Jetzt mal ehrlich Tja, dieser Hund Hallo, hallo, hallo Ja Nein Ja War der richtig? Der war natürlich falsch Ja 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 Ich meine natürlich Ey Cool Lass mal gucken Ich wollte mir ja eigentlich unten in der Werkbank eine Schaufel bauen Schneller Weg Ja Ja doch So ist eigentlich Schon ganz okay Ähm Stein haben wir nicht da Na gut Dann heißt das für uns Wir bauen uns jetzt erstmal einen Schäufelchen Sticks Hier So, ähm Vier und drei Ist mit dabei Nicht, dass da noch irgendwas passiert Ach, ist voll okay So Dann gehe ich jetzt mal nach oben Und hau diesen Prömpel da noch weg So Quasi alles Hier so Ja Was mache ich dann wieder mit diesem ganzen Schnee Dafür habe ich auch gar keine Verwendung momentan Vielleicht irgendwann mal Lautstärke Ach ja Die Playlist Die wollte ich auch mal Ein bisschen aktualisieren Es gibt zu viel Was ich jetzt da noch Tun möchte Wo ich bis jetzt Wirklich keine Zeit für gefunden habe Wie zum Beispiel Ähm Ja Das mit den Texturen Dann Ähm Die Playlist aktualisieren Ähm Dann habe ich mir auch gedacht Eigentlich wollte ich Alle 50 folgen Wollte ich die Thumbnails von den Nebelkoniken aktualisieren Ähm Lauter so Zeug Wo ich jetzt Einfach nicht mehr zukomme Aber es kommt dann Nach und nach So viel kann man ja schon mal Sagen So Wieder hinab Und das Giraffe eingesammelt So Dann kommt ja hier noch Eins weiter hoch Quasi Eigentlich hätte ich schon voll Bock Da so einen Überhang zu bauen Weißt du Könnte man echt So Jetzt gehen wir einfach mal noch So hoch Dann schauen wir mal wie es denn Oder beziehungsweise was es denn wird Ja man sieht die Knochen sind wieder da Was daran liegt Dass Nicht meine Texturen es Sind Die wir verwenden So Hier muss ich mal gucken Wie ich das hier anstelle Ich habe einen Durchsatz So Da wird das ein schöner Hoher Gang Ja ich komme noch hin Das ist gut So und dann wird es Das wahrscheinlich gewesen sein Oder ich komme da Nicht mehr hin Doch Aber wieso komme ich hier nicht hin Wenn ich da hinkomme Egal so müsste ich eigentlich hinkommen Gut So dann haben wir das hier Erstmal noch alles raus Bin ich jetzt zu weit Ne Ich dachte schon ich bin zu weit gegangen Uh So Dann müssten wir eigentlich mal gucken Was passiert denn wenn ich Oh mein Gott Nicht schlafen gehe Es kommen Monster in dem Fall Na doch hier ist eigentlich schön hell Gute Nacht So guten Morgen Ein schöner Morgen Für einen schönen Lord Legenden Also passt das dann von der Höhe her Ne da müssen wir höher So hoch Ach ja Freunde Ich sag's euch Das Leben kann auch schön sein Da komme ich ja so nicht hin Ne Ne Unerreichbar Was haben wir denn sonst so alles zu erzählen Hm Momentan Eigentlich nicht viel Ne Also ich meine Klar hat sich einiges geändert Aber Ist jetzt eigentlich nicht so Die Welt was euch Interessieren würde Ach ja Jetzt in Ja gut drei Wochen Kommt ja endlich GTA 5 raus Für den PC Wenn sie es nicht wieder verschieben Ach Da freue ich mich Da freut er sich Da Onkel Lord Regent Oh ja Da bin ich echt gespannt Was dann Daraus wird Also hier Let's play technisch Weil da würde ich ja echt Schon gerne auch So eine Art CEP machen So eine eigene Gang aufmachen Und so und dann richtig Richtig loslegen So Jetzt hätten wir das schon mal Soweit Ist das natürlich noch weg Achso ja Hm Wände Ist klar Schon wieder Das ist genau die richtige Mucke Die wir gebraucht haben Ja soviel zum Thema Steinspitzhacken Ja Beleuchtung Hm Was machen wir denn hier Für eine Beleuchtung rein Wieder nach innen versetzte Wäre mal was Ne So und hier wird es dann ja Quasi ein wenig offener Muss ich mal schauen Wie ich das am Geisten löse So Ach guck mal Hier sind wieder die Hügel Naja Öfters mal was Neues Ähm Genau hier muss ja auch noch Quasi Wand rein Decke 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 Muss da auch noch rein Hm Also diesen Diesen Ausgang hier Den würde ich ja gerne noch Mit diesen Säulen gestalten Jetzt da ich ja wieder Säulen habe Oh man Achso wir könnten da mal gucken Wenn wir doch schon mal Gerade hier oben sind Unser Unser Ja ich nenne es mal Gartenhäuschen Das haben wir glaube ich So noch gar nicht angeguckt Ne Mit den Mit dem Connected Säulen Können wir da mal machen Schauen wir dann erstmal Wie es im Inventar aussieht Naja geht noch Auf jeden Fall müssen wir uns dann Hier Steinziegel von unten holen Ein paar Gitter Die Eisengitter Weil da Ja würde ich doch schon Die nach innen versetzten machen Einfach so So und dann Könnten wir in der Theorie Ich weiß nicht Ich muss dann erstmal checken Was wir an Eisen haben Denn unser Koppelring beim Garten Der wird einiges an Eisen fressen Oh ja Der wird Schweine viel Eisen fressen Habe ich ja schon so ein bisschen Bammel vor Du brauchst neun Für einen Block Und da müssen wir mal gucken Wie viele Blöcke Das wir brauchen Und dann machen wir mal Einen ganz kurzen Kassensturz Gott Gerade überlegt Was ich eigentlich wollte Steine wollte ich Hua So Schnee gefressen So Dann nehmen wir uns Hier mal Ein paar mit Dann nehmen wir uns hier mal Die Jungs mit raus Oh Äh Laden wir den Koppel mal ab Nein Mach ich denn So Dann machen wir die Öfen leer Und machen wir uns davon dann die Oh Äh Bricks Jetzt hab ich's So 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 Und So So Einhalb Stacks von den Bricks Sollten mehr als blühen Ich nehm mal lieber noch ein paar Säulen mit So Ansonsten brauche ich eigentlich Nisht Fackeln haben wir Und dann brauchen wir Gitter G-G-G-Gitter haben wir glaube ich oben Wenn ich mich da nicht täusche